Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Free Space Great War. Eigentlich wollte ich das Ganze am Anfang aufnehmen, ich bin jetzt schon fertig damit. Und zwar, äh, manche haben es vielleicht gesehen, das normale Let's Play läuft über LP Waver. Und heute bei Free Space machen wir das anders, weil wir das Problem ja, in dem ein Part der Mission haben, um, dass eigentlich die Hope kommt, um uns zu helfen, aber das passiert ja dann nicht, weil wir die Hope verloren haben, deswegen kommt die Pinnacle und irgendwie funktioniert das alles nicht. Aber, nichtsdestotrotz, habe ich, werde ich jetzt, habe ich eigentlich schon, aber für euch werde ich jetzt, von der Speicherung Waverhood anfangend bis zur Last Hope, die Mission, also letzte Hoffnung, wo wir die Hope beschützen müssen und versuchen, die Hope zu beschützen, um dann im nächsten Part weiter dort zu machen und die Kommunikationsprobleme, also unsere problematische Mission, ähm, richtig abzuschließen, weil dann die Hope kommt, um uns zu helfen. Wie wir ja das auch am Ende von Last Hope gehört haben, wenn man es denn geschafft hat. Heißt nämlich dann auch, wir werden jetzt die Hope zur Equilibrium-Statzung bringen. Na gut, dann wünsche ich euch viel Spaß. Das Gesamte dauert ca. 2 Stunden 16 Minuten, was jetzt folgt. Ich habe das zusammengerafft auf ein paar wenige Minuten und werde dazu etwas Musik einspielen. Dann bedanke ich mich und, ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 No more together, 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 no more lies, no more doubt, the game is over, over and out. Now I'm scared, now I'm broken, I can't take it anymore. I ain't nothing but a shadow of the man that I was before. So I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, no more life, no more life, no more life, only one more life to face the trouble on my way. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover, I need more She's so sorry, as she told me that I'm not even in her high score Forever and ever, no more together, such a vain endeavor In this game called love, no more lies, no more doubt The game is over, over and out Now all the players getting ready Even though there's no way to win They'll feed the slot machines with tokens So they can fill the void within The game is over, I'm not a lover I'm not a lover anymore She's so sorry, as she told me that I'm not even in her high score Forever and ever, no more together, such a vain endeavor In this game called love, no more lies, no more doubt The game is over, over and out Go that way We'll see whatever you want Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Take me, hold me, show me Some bonus points, some golden coins I need an extra life I need an extra life Take me, hold me, show me Take me, hold me, show me So funktioniert, wie wir das wollen Und wir dann endlich weiterkommen Und das Let's Play auch irgendwann beenden können Weil wir durchgespielt haben Damit braucht man keine Cheats War jetzt zwar der schwere Weg Aber ich habe mich einfach aufgerafft Und das waren jetzt auch nur Zwei oder drei Stunden Das eben mal fix durchgespielt Ich glaube nicht, zwei Stunden Weil ich hatte ja noch einen anderen Spielstand Wie ihr vielleicht gemerkt habt Es hat nicht ganz von vorne angefangen Ich habe noch einen Nebenspielstand gehabt Und ja Ich hoffe euch hat dieses Timeslap Mit schöner Musik Auch irgendwie gefallen Und Ja, ist auch mal was Interessantes Viele werden die alten Missionen noch kennen Und so ein kleines Ja, wir schauen zurück Wird das dann werden Na gut Ich bedanke mich erst mal Für diese eigentlich übelst lange Folge Die wir aber einfach ganz eiskalt zusammengerafft haben Und sage dann Bis zum nächsten Mal Wenn es dann wieder heißt Kommunikationsprobleme Und diesmal Werden wir es hoffentlich schaffen Und somit bin ich der Rainbow Das war Free Space The Great War Nochmal fassen Die ganzen Missionen durch Bespielen Bis zur 26. Ja, nicht alle Und ich sage bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen